Es gibt ein ganzes Set von Adaptern, die man benutzen kann, um das zu erweitern. Genauso wie jetzt hier auf der anderen Seite noch die Headphone-Anschluss und die Miete. Das war's jetzt schon mal. Das Ganze ist fast auf dem U-T-Post. Das heißt, ich bekomme eine wahnsinnig lange Akkulaufzeit mit dem Teil aus der Ausladung. Das heißt, Single-Charge für einen Tag. Und dann ist wieder eine Strecke. Man kann wirklich sagen, das ist ein gewöhnliches Neues. Das heißt, das ist ein gewöhnliches Neues.